Flüchtlinge aus der Ukraine – Willkommen! Liebe Europäer, liebe Deutsche, ich bin stolz auf uns. Ja, auch wenn ich aus Syrien komme, ich habe einen deutschen Pass und einen deutschen Hund. Die EU erwartet Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Deutsche Bahn machen alle Tickets für Flüchtlinge kostenlos. Und Elon Musk gibt freien Satelliten-Internet für die Ukraine. Und diesmal sind alle willkommen, sagt Osula von der Leyen. Also fast alle. Das sind hier arabische und afrikanische Studenten, die seit drei Tagen im Kälte warten müssen. Wenn du dunkle Haut hast oder dunkler Bart, keine blauen Augen, dann lassen dich die ukrainischen Soldaten gar nicht raus. Warum eigentlich? Für das Fernsehen? Diesmal sind die Christen weiße, blonde Kinder, also alles gute Flüchtlinge. Ich bitte euch jetzt zu spenden für meine ukrainische Aktion. Be the good refugee! Ich möchte 10.000 blaue Kontaktlinsen kaufen und zur Grenze schicken. Außerdem 5.000 blonde Perocken. Und das hier, Weißermacher für die Haut, gibt es in Taiwan sehr günstig. Übrigens, dieses Spray gibt es auch in drei verschiedene Duftnoten. Akazie, Mandel und Menschenrechte. Menschenrechte. I'm hoping you fucking rest in peace. I'm hoping you fucking rest in peace. ... ... ... Vielen Dank.